ja 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 Willkommen wieder bei einer Runde Bad Force mit Ari. Hallo! Hallo! Auf Anmar eine.. Keine Ahnung, die meren wir gar nicht so oft. Ich kenne die tatsächlich so. Ich versuch gerade spontan die Runde hier schnell aufzunehmen für heute noch so, damit wir hier heute noch in eine Bedwars kommen, weil heute kein Minecraft kam, weil ich heute irgendwie jetzt zu nichts kam und ohne Facecam, weil ich nackt bin. Das stimmt. Nein, 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 das bin ich nicht. Leute glauben das. Aber ich wollte mich jetzt nicht noch schick für euch machen, Leute. Sondern einfach schnell die Runde Bedwars aufnehmen. Auf der Map einmal. Rot müssen wir targeten. Okay. Das ist nämlich ein Clan. Das ist immer nervig, weißt du? Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, ist Neues hier. Achso, ja, stimmt. Das passiert ja beim Runterzählen. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es oben Gold oder so? Keine Ahnung. Ich kenne die Map dafür gerade zu gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe so lange kein Bedwars mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung. Unten sind zwei Gold. Und vier, fünf, sechs, acht. Das ist doch gut. Bauen wir unser Bett wenigstens so ein bisschen zu. Ich save Gold. Ich save Gold. Ich habe auch schon eine Schwert. Ich freue mich schon. Traneesh? Ja, ich habe extra nur ein Schwert aus einem Dings geholt. Wow. Doch, ich glaube, da ist Gold. Da oben sind nämlich Menschen drin. Moment, Moment, Moment. Wir brauchen noch mal eine Rennungsplattform. Also, ich habe vier, aber ich würde eigentlich gerade lieber gerne mal gucken gehen, was die Grünen da so fabrizieren. So, Rennungsplattform habe ich. Noch ein Eisen, dann habe ich auch. So, perfekt. Ich bin ausgerüstet. Jo, ich laufe mal zu Grün. Verdammt, da ist einer gestorben. Vielleicht sieht er mich nicht. Vielleicht sieht er mich nicht. Werden zu dir kommen, oder? Nee, brauchst du nicht. Nicht cool, Ari, nicht cool. Hast du alle Grün? Nee, weil der eine war gar nicht da. Der hat hier nicht gewohnt. Beide tot, aber wo die waren, keine Ahnung. Okay. Ich baue mich mal hoch in der Mitte. Mach das mal. So. Dann habe ich runtergekickt. Da freut er sich wieder, ne? Da freut er sich. Leute, runterkicken ist mein Hobby. Ich glaube, Rot ist von der Leingart gestorben. Den habe ich nur gesehen im Augenwinkel. Oh nein, als ob ich jetzt hier nicht hochkomme, weil mir ein Block fehlt. Wo bist du denn? Oben in der Mitte. Ich habe es geschafft. Oben ist auch Gold, ja. Fünf Gold habe ich jetzt wieder. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass nicht irgendeiner von denen sich denkt, so, yo. Gehen wir mal zu blau. Ich gehe mal zu gelb. Gehst du gelb? Ja, die haben nämlich einen Bogen. Oh, nix gut. Geht? Nein. Passt. Ich save gerade meinen Popo. Ja, save mal deinen Popo. Aua. Ich wusste, dass sie auch einen Bogen haben. Hey. Ach, Mendovin, ey. Aber ich sehe dich, hey. Ja, ein Roter ist da hinten auch equipped. Mit Bogen? Ich glaube nicht. Also die haben nur einen mit Bogen gehabt, die gelben. Das Problem ist, ich kann ja nicht zu, ich kann halt schlecht zu rot gehen. Ja, ich kann auch zu keiner, weil sonst unser Bett weg ist. Du kannst halt, wir haben halt den, den Goldvorteil jetzt. Wir haben halt den Mittel, Mittelvorteil quasi. Pass nur auf, dass ich nicht irgendwie ein Gelber von der Seite weg schieße, ne? Oh, apropos gelb, ne? Na ja. Ja, ich habe irgendwie ihn getroffen. Ja, du hast den da vorne getötet, aber der hinten lebt noch und ich weiß nicht, ob der einen Bogen hat. Really? Soll ich Gold sammeln gehen? Ich habe hier. Und du gehst gleich mal Bettmann-Mittel, guck mal auf Gelb und so. Ich sammle, oh. Ja, guck mal auf Gelb, während ein Gelber kommt. Das ist natürlich die beste Sache, die du... Oh. Ich bin tot. Nice. Ich lebe noch. Was? Ich habe mich... Wow, ich habe mich selber gekehlt! Mann! Das fuckt mich ab jetzt. Mann, das ist ärgerlich hoch. 100, Mann. Ich habe einen Block über mir abgebaut. Dann ist der Pfeil vom Block abgegangen dabei und hat mich getroffen und bin runtergefallen von der Rassungsplattform. Ja, richtig dumm von mir. Ich habe dir übrigens Gold auch runtergeworfen. Ich bin bei uns in der Base. Doch, blau. Fuck. Gelb von hinten, ich bin auch tot. Wo ist das Gold? Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Komm gerade Richtung Mitte, ne? Aber ich weiß nicht. Hat Gelb. Komm, bitte sonst, baue dich runter oder so. Ich weiß nicht, wo du dein... Wo ich Wasser habe. Ich habe das Gold oben hingeworfen, wo du dich hoch gebaut hast, glaube ich. Okay, ich habe einen... Ja, keine Ahnung. Ich bin unten, aber ich sehe da nichts, ne? An Gold, nehmen wir es so. Wo du dich hoch in die Mitte gebaut hast. Ja, ist kein Gold. Lol. Denn dann muss das Gelb aufgesammelt haben, als die in die Mitte gekommen sind. Haben wir jetzt sieben Gold. Unten war noch mehr Gold. Da kam aber ein roter und hat Gold gesammelt. Ja, weil ich bei Gelb bin gerade. Sorry. Ey, das hat mich richtig aufgeregt gerade. Mann, wieso töte ich mich denn selber? Was soll denn das? Okay, ich bin tot, aber ich habe das Bett. Immerhin. Ja. Und eigentlich sollte keiner sonst irgendwie was haben. So, in der Mitte ist wieder ein roter. Ja, okay, die könnten jetzt eventuell Gold saven dann. Okay, und beide Gelbe kommen in die Mitte. Die dürften aber keinen Bogen mehr haben, außer sie haben mehr Gold gesaved gehabt. Ah, jetzt kein roter mehr. Ach, damn it, ich komme halt nicht hoch. Tut ja aus, dass wir mehr... Nichts. Was spammen wir? Keine Ahnung, ich habe den einen Typen noch gekillt. So, ich gehe mal, ich versuche mal, ich gehe mal hoch. Okay. Hm, 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 hm. So. Ja, stimmt, da ist ein Gelber über dir, ne? Den hast du gesehen. Ja, ja. Versuch den da irgendwie. Er lebt immer noch, ne? Einen roten habe ich auch gekillt. Einen roter kommt jetzt hoch. Das kann nicht sein, ich bin tot. Ich kam einfach nicht an den Gelben ran, der muss mich ja nur runterschubsen. Ja, 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 ja. Ich finde echt... Guck aber... Guck aber, dass ich das Gold, was ich jetzt habe, save. Alter, Gelbe wird schön Gold saven jetzt, ne? Ehrlich? Ja, klar. Kommt jemand mit mir mit? Ja, ja. Oh, das ist der andere gelieft. Echt? Ach, als ich ihn wahrscheinlich gerade weggeklatscht habe. So viel zu, wir können nur spammen. Ist der Gelbe schon weg von da oben, weißt du das? Ja, ja, der ist in seine Bätze gegangen. Good. Gut, das könnte... Wie habe ich ja gesagt, dass das helfen geht? So. Ein roter lebt noch. Er hat halt auch noch ein Bett. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Ich baue mich mal eben auch wieder hoch, ne? Jo. Oh, lol. Lol, hat er mich getroffen. Wer, der blaue? Nee, der rote. Ja, aber das war... Also, ich dachte, ich sei außer Reichweite, aber war ich wohl nicht. Bist du bei gelb? Ich sneak mich gerade zu der einen Vorplattform da. Ah, okay. So, dass die mich nicht sehen und kämpft da. Okay. Und werde die dann hoffentlich runterkicken. So, während der andere rote halt... Ich werde gleich mal gucken. Ach, wunderbärchen. War klar, dass er liebt. Ich verstehe das nicht. Ich meine... Es ist halt eine Taktik. So, jetzt kommt der eine, kommt das hier schon hoch. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Er sieht dich aber nicht. Noch nicht jedenfalls. Er hat einen Bogen, ne? Sehr schön. Er ist down. Sehr, sehr schön. Der andere ist jetzt halt gebarrt. Der steht aber da hinten. Der steht... Ja, jetzt, wenn du jetzt drauf springst. Oh, jetzt hat er dich gesehen. Wow. Genau in dem Moment, wo... Ich bin daneben gesprungen. Ich bin echt neben den Weg gesprungen, Ari. Müssen wir aufpassen, weil er Bogen... Ich bin so dumm. Ich bin einfach genau neben den Weg gesprungen. Wow, das ist echt so... Die failste Runde meines Lebens gefühlt. Okay, er trifft aber nicht gut. Bleib du hinten, ich habe 20 Gold. Deswegen baue ich dir gerade so eine kleine Barriere. Nice. Na, kommen sie her. Machen sie, was sie möchten damit. Ich gebe dir auch mal meine Protection-Harnisch. Mein Dreier-Protection. Wenn du ein Eisen übrig hast oder so, wäre das cool. Ah, ich habe ein Eisen. Soll ich mir einen Dreier bogen? Ne, meine ich. Äh, er kommt halt jetzt. Das ist das Einzige. Du hast ihm jetzt halt auch einen Safe-Weg gebaut. Nee, nee, schnell. Schnell, 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 schnell. Er hüpft... Nee, jetzt hüpft er unten lang. Er hat einen Stärke-Trank, oder? Das ist nur auf, dass er sich nicht runterhaut. Nice. One-Hit. Stärke-Trank. FTV. Ah, Mann, Mann, Mann. Das war wieder... Das war eine richtig schwere Geburt, ne? Das war eine richtig schwere Geburt. Ah, allerdings. Aber so ist es ab und zu. Ich hoffe, euch hat diese failige Runde trotzdem gefallen. Ja, gerne. Kommt, schauen wir an. Was weiß ich. Schaut mal alle vorbei. Und bis dann sind... Tschüss. 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 Tschüss.